Hallo Leute, der Typ im Hintergrund, wie es geschrieben steht im Buch des Matthias. Wir gehen mal kurz nochmal hier rein. Ich bin nämlich rausgegangen aus dem Bildschirm, weil ich dachte, ich nehme mal im richtigen auf, also im richtigen Spielebildschirm und dann fing er an, tut Buße für das Himmelreich. Also dieser Prophet da im Hintergrund, da kriege ich glatt Schluck auf für diese Gotteslästerung. Genau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die sollen der Erde. Lasst uns mal gucken, wir müssen nämlich Mech finden und unser Brüderchen. Aber vielleicht quatschen wir auch mal den Propheten an. Niemand scheint ihn zu beachten, selbst der Vogt. Warum wohl? Wir beachten ihn mal. Das Ende ist da, aber unser Graf wird uns zum Heil führen. Ist das so? Eine harte Hand für harte Zeiten. Es wird sich alles zum Rechten wenden. Mhm. Gut. Dann gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Was ist hier hinten? Ach, Philipp selber. Er ist angespannt, sieht das Leben im Kloster vor, statt dem Grafen zu reden. Doch sein Pflichtgefühl zwingt ihn. Er ist angespannt. Okay. Dann haben wir hier einen Bettler. Armer Mann, teilnahmslos. Bei Gott, er erinnert mich an Vater. Dann haben wir noch Tuchstand. Andere Händler bieten Flaus und Filz an. Bringt höhere Preise, leichter zu transportieren, aber Wolle zu weignen, ist harte Arbeit. Okay, wir gehen mal zum Tuchstand. Hm. Hm. Gute Qualität. Okay, hier vorne ist aber Mac, ne? Genau, da haben wir sie doch schon, die mit jemandem quasselt. Freustand. Ein schöner Anblick. Trocken genug, um den vollen Preis zu erzielen. Die meiste ist bereits verkauft. Kunde sieht nach Ärger aus. Einige Kunden sind störrisch wie Maulesel. Ein besonders unverschärmter Kerl. Und Mac, meine Geschäftspartnerin in Shiring. Ohne sie hätte ich den Start nie geschafft. Okay, können wir vielleicht uns hier einmischen und hier ihren Wingman spielen quasi? Ihren Undercover Wingman. Warte mal, hier oben die Tauben, kann man nichts machen. Gut, gehen wir mal hin und quatschen. Wenn wir es vereinbart hätten, von dem ihr redet, dann können wir die Wolle gleich verschenken. Mac, es ist gut, dich zu sehen. Ich bin hier, um das Geld zu holen, was wir bisher eingenommen haben. Äh, Verzeihung, wir waren gerade im Gespräch. Was ist das Problem? Selbst die Händler beklauen einen hier. Was für ein erbärmlicher Ort das geworden ist. Er hat bereits vor Wochen eine Karrenladung Wolle bestellt. Aber jetzt weigert er sich, den vereinbarten Preis zu zahlen. Ähm. Sei sarkastisch, sei diplomatisch. Ähm. Ich weiß nicht, worauf der Sarkasmus hinaus soll. Soll er darauf auf den Grafen hinaus und auf die Erhöhung der Steuern, damit er halt merkt, woher die Erhöhung kommt? Und ist diplomatisch eher sowas, dass wir, obwohl die Steuern erhöht wurden, entgegen unseres Vorteils ihm jetzt hier zusprechen? Das ist ein bisschen sehr allgemein gerade gehalten, wisst ihr? Weil wenn das so ist, wie ich es gerade gesagt habe, würde ich zu sarkastisch tendieren. Ist es aber überhaupt nicht so, würde ich immer zu diplomatisch tendieren. Was meint ihr, warum die Preise dieses Jahr so hoch sind? Damit mehr Geld in eure Taschen fließt? Eigentlich hat der Graf alle Gebühren erhöht. Es kostet mehr, das Tor zu passieren, einen Stand aufzustellen und eine Verkaufsgenehmigung zu erhalten. Das mag sein, aber ich habe nun mal klare Anweisungen von meinem Herrn. Dieser Preis ist zu hoch. Habt ihr den Preis auf einem Kerbholz vermerkt? Gehört ihr zum Vogt? Wer seid ihr überhaupt? Mir gehört dieser Wollhandel. Oh. Ihr ist unsere Hälfte, Alina. Würdet ihr mir nun bitte euren Teil des Kerbholzes geben? Beschuldige gegen Kunden, sprich Problemmann, verhandeln neu. Ich verstehe das mit dem Kerbholz nicht. Wir sprechen Problemmann. Es gibt ein paar Kerben mehr auf unserem Teil. Zwei Stücke, zwei unterschiedliche Preise. Zugegeben, Kerben bei unserem Teil hinzuzufügen ist viel, viel einfacher. Aha! Ihr gebt es zu! Hm, aber der Abschnitt mit den fehlenden Kerben ist dünner als der Rest. Du hast recht. Es sieht aus, als wäre da etwas weggeschnitten worden. Was? Wollt ihr mich als Betrüger bezeichnen? Die Zeiten sind hart für uns alle. Ich werde euch nicht dem Vogt anzeigen. Hm, diese Wolle wird nicht genug Kleidung für alle Diener meines Herrn abgeben. Ganz zu schweigen von den Hemden für ihn selbst. Wer sich Diener leisten kann und viele Hemden tragen will, sollte den Preis für eine Wolle dieser Qualität zahlen können. Hohe Qualität? Ja, aber das ist keine so hohe Qualität. Jetzt, da es erwähnt, sehe ich es. Ich kann nicht so viel Geld für so schlechte Wolle bezahlen. Jetzt zweifelt er die Qualität an. Schön, dann lasst mich die Qualität meiner Wolle beweisen. Ha, ihr könnt's versuchen. Gehe jemanden suchen, der die Wolle beurteilt. Achso. Okay. Ich finde einen Experten und beweise es. Ich warte. Okay. Ich hab gedacht, wir sollen wie beim letzten Mal beim Max-Händler... Wir waren uns über den Preis. Ich dachte, wir sollen wie beim letzten Mal wie beim Max-Händler jetzt sagen, hier, guck mal, die ist trocken, die ist fettfrei, die ist sauber, bla bla bla, diesen ganzen Schlons. Aber okay, lautes Moped vor der Tür. Ähm, da gehen wir hier hinten zum Tuchstand, würde ich sagen, oder? Das ist nicht der Preis, an den ich mich erinnere. Ihr habt dem Kauf im Vorfeld zugestimmt. Aber du sollst die Wolle doch nicht schenken, Alter. Ihr wollt mich wohl mischen. Ich bin nicht gekommen, um etwas zu kaufen. Lasst uns einen Kompromiss finden. Man sollte meinen, der Graf sei schon schlimm genug. Verdammte Steuer. Wir waren uns über den Preis einig. Wie können wir denn... Mein Vater hat eine Erkältung. Unglaublich. Reden wir darüber. Flaus und Filz. Wer ist denn ein Turexperte hier, oder? Ihr wollt mich wohl bescheißen. Lasst uns einen Kompromiss finden. Es ist alles viel zu teuer hier. Philipp selber doch nicht, oder? Wittsteller? Wittsteller doch nicht, oder? Er hier. Denn das Königreich des Himmels ist nach. Guten Tag, Vogt. Werden diese Leute noch lange warten müssen? Wenn du eine Beschwerde hast, sprich mit dem Grafen. Ich glaube, er erkennt mich nicht einmal wieder. Hier irgendwie mit dem drüber reden? Unser verehrter Kunde würde sie vermutlich für meine Komplizen halten. Okay. Die Bittsteller ebenso. Nein, vielleicht sollte ich nach einer Expertenmeinung sehen. Jemand, der nicht von hier ist. Okay. Können wir Philipp mit reinziehen in die Sache? Die Wolle ist aus Kingsbridge. Er hat sie schon gesehen. Wie unsere Generation an ein Ende bringen werden. Hier unser Prophet. Der wird doch ordentlich, oder? Nein, aber ich glaube, ich habe flämische Händler in der Stadt gesehen. Die Zeichen sind überall. Okay. Den Bettler brauchen wir wahrscheinlich nicht zu fragen. Ich kann es probieren, aber ich glaube es nicht. Unser verehrter Kunde würde sie vermutlich für meine Komplizen halten. Okay. Die Tuchmacher gehen nicht. Dann verlassen wir mal den Markt. Mal sehen, wen wir noch finden hier. Was haben wir hier? Mädchen mit einem Stück Fleisch. Okay. Schmied. Warum sollte der sich mit Wolle auskennen? Brotverkäufer, Mönche, flämische Händler. Hier, die können wir doch, oder? Ein Wollmarkt bedeutet Händler. Die Flamen sind als Händler höchst angesehen. Wenn ich nur mit ihnen verhandeln müsste, wäre das Leben einfacher. Okay. Dann kriechen wir mal zu denen rüber. Bist du der christlichen Kunst nicht müde? Diese traurigen Gesichter und stumpfen Farben machen mich trübsinnig. Wie diese ganze Stadt. Wohl wahr. Ich bevorzuge farbenfrohe Gemälde von den schönen Dingen im Leben. Entschuldigt. Würdet ihr mir eure Meinung sagen, was die Qualität dieser Wolle betrifft? Natürlich. Zeig sie uns. Oh, wie wunderbar weich. Und wie gründlich gereinigt. Keine Spur von Schmutz oder Fett. Die Fadenstärke ist außergewöhnlich fein. Und die Farbe ist gleichmäßig und hell. Geeignet für Kleider von hoher Qualität. Ich freue mich, dass wir gleicher Meinung sind. Würdet ihr dies auch einem meiner Kunden gegenüber bestätigen, wenn es nötig sein sollte? Natürlich. Schickt ihn einfach zu uns. Bei all diesen Steuern und schrumpfenden Märkten war ich mir nicht sicher, ob es sich noch lohnt, nach Shiring zu kommen. Aber für Wolle dieser Güte lohnt es sich auf jeden Fall. Na dann lot sie doch gleich zu unserem Stand hier hin, oder nicht? Können wir mit den anderen auch noch reden? Mönche bleiben gewöhnlich in ihren Klöstern. Habe ich die nicht schon mal gesehen, aber nicht in Kingsbridge. Quatschen die auch mal an? Entschuldigt. Könnt ihr mir sagen, was mit Shiring geschehen ist? Ich weiß, dass wir unter dem Krieg leiden, aber die Stadt ist mir nie so trostlos vorgekommen. Ach, was wissen wir schon. Wir sind nur Pilger auf der Suche nach Gottes Wundern. Und einem Heiligen, der meinen Fuß heilen soll. Und meine Augen. Aber in Shiring scheint es heutzutage keine Wunder zu geben. Es heißt, der Graf bestraft sein Volk zur eigenen Unterhaltung. Ja, sowas habe ich auch gehört. An die beiden erinnere ich mich auch. Brotverkäufer. Brot sieht alt aus. Hart wie Ziegelsteine. Erkauft sich nicht gut. Hast du Interesse an etwas Pferdebrot? Ist das die einzige Art Brot, die du hast? Das ist die einzige, die noch nicht grün ist, denke ich. Wenn du grünes Brot verkaufst, werden deine Kunden krank. Und das wird dir nur Ärger machen. Was? Warte. Gehörst du zum Vogt? Nein, keine Sorge. Okay. Schmied. Shiring leidet, aber der Schmied ist noch hier. Ein gutes Geschäft für gute Ware. Schätze, Jack würde gerne mal mit ihm reden. Okay. Reden wir auch mal mit ihm. Könnten wir uns später übers Geschäft unterhalten? Ah, Lady Aliena. Mit euch immer. Ich hörte, die Geschäfte gehen schlecht. Das gilt nicht für mich. Viele Ritter benötigen meine Dienste. Seine Männer haben ihr ganz schön aufgeräumt. Mir passt es sehr, dass der Graf die Straßen von Puck gesäubert hat. Und Leute, die sich über Löhne und Preise beschweren, waren nie meine Kunden oder Freunde. Okay. Mädchen mit einem Stück Fleisch. Sie schleppt ein großes Stück Fleisch. In ihrem Alter bin ich nur zum Spielen rumgelaufen. Was hast du da? Nicht zum Verkauf oder zum Essen. Nicht zum Stehlen. Geh weg. Keine Angst, ich tue dir nichts. Okay, ihr Magen, Knut. Kann sie es nicht irgendwo kochen oder braten? Wir gehen mal wieder zurück auf den Marktplatz, denn wir können ja jetzt dem Typen hier sagen, wir haben mit den Flammen geredet und die haben gesagt, hier, unsere Wolle ist 1A-Qualität. Ich werde nie mehr mit euch. Erst sagt ihr so und dann wieder anders. Behandelt ihr so eure Kunden? Nur wenige Straßen entfernt gibt es flämische Händler. Sie hatten großes Interesse an meiner Wolle. Und sie wären gern bereit, euch deren Qualität zu bestätigen. Jeder hat Freunde, die für einen lügen. Verkaufe an die flämischen Händler oder halte eine Auktion ab. Hier würden wir ihm natürlich äußerst in den Arsch treten. Hier könnten wir dafür sorgen, dass er eventuell sogar mehr bietet. Ich bin eigentlich dafür. Dann überlassen wir es dem Volk. Wir werden die Wolle auf der Nachmittagsauktion versteigern. So erzielt sie bestimmt einen angemessenen Preis. Nein, wartet. Vielleicht können wir nachverhandeln. Mein Herr wird ungehalten sein, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Stor, bleibe hartnäckig diplomatisch. Biete einen Kompromiss an. Ne, diplomatisch ist besser für die Kunden. Lasst uns einen Kompromiss finden. Ihr kauft die Wolle zu dem Preis, den wir unserer Meinung nach vereinbart hatten. Warum sollte ich das tun? Ich garantiere euch fürs nächste Jahr ein Vorkaufsrecht auf meine Wolle. Die Preise steigen, wenn mehr als ein Käufer beteiligt ist. Ich weiß, mein Herr wäre nicht erfreut, wenn ich eines Tages ohne Wolle zurückkehrte. Und er ist ziemlich jähzornig. Abgemacht. Wir sind uns einig. Ich nehme die Wolle zu eurem Preis. Unsere heutigen Einnahmen. Hoffentlich reicht das, um uns aus der Misere zu ziehen. Ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Du hast gut gelernt. Ein guter Händler strebt ein Geschäft an, bei dem sich beide Seiten als Sieger fühlen. Ich hatte eine gute Lehrerin. Noch etwas. Könntest du Ovids Amores für mich besorgen, wenn du nach Winchester kommst? Es ist ein Buch. Ja, ich kann Bruder Theobald fragen. Seine Büchersammlung ist umfassender, als der Kirche lieb sein dürfte. Dann wird er es hoffentlich haben. Vielen Dank. Keine Ursache. Das Buch hatte ich schon voll vergessen. Fähige Händlerin haben wir als Erhobenschaft bekommen. Jetzt müssen wir immer noch Richard finden. Aber wo ist er? Wir haben ja jetzt das mit dem Wollzeug. Hier geht es noch zu Verlasse den Markt. Ist das eine andere Richtung? Ne, das ist auch einfach nur hier. Osttor. Das Osttor führt nach Winchester. Dort leben viele Wollweber und Färber. Okay, ein Nordtor. Führt nach Kingsbridge. Wäre schön, mit Jack zu reisen. Wir müssen allen bald von uns erzählen. Okay. Hier unten habe ich aber gesehen, geht es noch lang. Machen wir mal den Weg. Mit den ganzen anderen hier oben haben wir ja schon gesprochen. Okay. Welchen? St. George. Gedacht als Bauwerk der Hoffnung. Toms Kathedrale sollte sogar sie übertreffen. Gedacht als Bauwerk. Es gibt keinen Grund, dort jetzt hinzugehen. Okay. Kann ich denn nicht hier? Warum? Halt, halt, halt. Sie läuft einfach weiter. Ich kann es gerade nicht aufhalten. Sie ist eine Runde rumgegangen. Okay. Haben wir noch irgendeinen anderen Weg? Wir können hier im Marktplatz, Marktplatz. Wir können in die Gasse gehen. Das ist aber die Gasse, wo gerade Ding entsteht, oder? Ähm, Philipp. Guck mal da hinten raus. Okay, was haben wir denn davon? Gasse? Hier noch irgendwas anderes. Schenkenviertel. Hier ist doch gerade gar nichts anderes, außer dass wir zurückgehen können, oder? Guck mal, hier hinten ist noch was. Was ist denn das hier? Kann ich da irgendwie hinkommen? Hier ist ein... Seht ihr? Hier ist so eine Pinnadel. Aber... Ah, Palast des Bischofs. Das ist der Bischofspalast. Jack würde sich ihn gerne näher ansehen wollen. Neugier ist es manchmal stärker als Vernunft. Ähm... Mauern in der Ferne. Es ist die Burg des Bischofs. Soweit Walleran sie bauen konnte. Philipp hat mir von seinen Plänen erzählt. Mhm. Okay, wir gehen mal zum Schenkenviertel. Ah, okay. Hier sind wir mal ein bisschen anders. Boah. Hier ist gerade ein Auto unten. Vielleicht hört ihr das. Ja, ich sehe im Ausschlag, dass ihr es hört. Es hat gerade so viel Wumms in seinem Bass drin gehabt. Das ist ja der Hammer. Okay, die singen schön. Säufer. Der Stadtsäufer starrt ans Feuer. Noch geistesabwesender als sonst. Ich habe keine Zeit, mich mit ihm abzugeben. Mir vibriert mein Tisch, wenn der Typ hier unten vorbeifährt. Wahnsinn. Gut, der ist nämlich gerade wiedergekommen. Aber ich denke, ihr habt es auch im Ausschlag des Sounds gemerkt. Prächtiger Schild. Ein Pfand, das jemand hinterlassen hat. Kein Wappen, das ich kenne. Jeder hat heutzutage einen Wappen. Hm. Der hier vorne. Ruhige Gäste. Wie lange sind sie schon hier? Worauf warten sie? Starren vor sich hin. Ich muss meinem Ritter das Geld geben. Meinem Ritter. Mhm. Das ist auch ruhiger Gast wahrscheinlich, ne? Fässer. Man sieht selten Wein außerhalb der Kirche. Die Schenke muss ein paar reiche Gäste haben. Auch Richard scheint auf den Geschmack gekommen zu sein. Der Wirt verdient an jedem Krug, den er verkauft. Zurecht. Schankwa. Tavernen waren mal gut besucht. Man fand kaum einen freien Platz. Es gab viel mehr Gäste. Okay. Hier singende Gäste. Freude ist heute ein seltener Anblick. Muss der Alkohol sein. Und die Verzweiflung. Okay. Geh mal weiter. Kann ich die anquatschen irgendwie? Nie bring ich ein Werk zustand. Fehlt mir was am Magen. Hörst du? Schenk nach. Aber du hast den ganzen Tag noch nichts zustande gebracht. Vielleicht bin ich dann der nächste Graf. Klingt sehr nach ihm. Der war gut. Okay. Okay. Treppe. Führt zu den Gästezimmern und anderen Vergnügungen. Ich frage mich, wie viele Gäste sich das leisten können. Okay. Die Mark, die Bintubis hier. Krug. Wie oft ist der heute schon gefüllt worden? Hm. Zu oft. Ah, hier ist er. Okay. Alonso. Sir Alonso de Toledo. Manche vergleichen seine Schwertkunst mit Tanz. Ein fähiger Mitstreiter. Simon. Sir Simon von Stapleford. Okay. Und Richard. Hier ist er. Trinkend und prahlend. Und sich vor der Schlacht Mut zu machen. Kann ich die Treppe hochgehen? Das ist nur für Gäste. Na, okay. Gut. Dann quatschen wir Richard an, würde ich sagen. Oh nein, Leute. Wenn ich gerade auf die Uhr gucke. Ich mache das mal hier kurz in den Pausenmodus, damit wir den wundervollen Gesang der Betrunkenen nicht weiterhören müssen. Wir sind schon mal 22 Minuten angekommen, liebe Leute. Deswegen würde ich sagen, wir machen, bevor wir Richard anquatschen. Der übrigens schon sehr alt im Gesicht geworden ist, oder? Es sind doch nur fünf Jahre vergangen. Da kann er doch maximal eigentlich jetzt in den Zwanzigern sein, oder? Sieht aber, also er sieht älter aus. Aber na gut. Ähm, das macht der Bart wahrscheinlich. Wir legen hier jetzt eine kleine Aufnahmepause ein. Quatschen in der nächsten Folge mit Richard. Und dann haben wir eigentlich als Iyena alles erledigt, was wir hier erledigen wollten, glaube ich, in Shiring. Und dann werden wir bestimmt auch als nächstes die Rolle wechseln zu Philip. Und dann werden wir mit Percy reden dürfen. Das wird nochmal interessant. Also, liebe Leute. Das und noch vieles mehr erledigen wir dann in der nächsten Folge von Die Säulen der Erde. Also bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020